Bombe, gut, dann ist klar, ich brauch was mit, ach, ich sag das, ich sag das fast jedes Mal. Ich sag einfach Hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Sage. Ich muss mir den grad auch zweimal in der Woche an- und abbauen. Und? Die Gesichtsnase, du. Das interessiert mich, was du an- und abbauen musst. Ich stopf das nächste Mal deine Asiaten-Essstäbchen in die Öhrchen. Ich benutze keine Stäbchen. Deswegen, ja. Dann kannst du ja hergeben, dann kannst du in die Öhrchen stopfen. Wir sind ja nicht mal dabei bei der Bestellung. Jeder Asiomann-Lieferant hat so ein paar als Reserve in der Hosentasche für alle Fälle. Aber die muss ich trotzdem erst bestellen. Aber ich mach auf, hier, weg da. Ich mach noch die Lücke zumachen. Okay, jetzt macht Kamera vor. Super, hab ich weniger zu tun. Nein, jetzt ist hier offen. Hast du das aufgemacht, du? Was denn? Wohin? Denn die Raum, Raum direkt? Achso, Bombe. Das ist Bombe, du Pappnasenbombe. Ja, aber weiß nicht. Ja, ich lass ihn offen. Ja, das Loch hab ich gemacht. Noch fünf Sekunden. Blöd hast du das gemacht. Ja, aber ist das noch eine Zwischenwand? Sind das drei oder vier Wände? Wand wurde verstärkt! Okay, das sind drei. Das ist drei. Hm. Oh, hier außen ist noch offen. Oh nein. Nee, scheiße. Warum nicht? Ach du Pappnasenkind. Mensch. Wieso machst du denn auch da drinnen alles zu, ey? Och man. Um das Loch herum. Jetzt hier friss, Mathe. Hab ich schon. Pappnasenkind. Äh, nochmal. Pappnasenkind. Na, die Runde gewinnen wir eh und dann haben wir erstmal Ruhe, dann kann ich das nächste Mal wieder besser machen. Pappnasenkind. Psch, 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 psch. Der Landwirtschaftszimmer hat überhaupt einen Mehrspieler-Modus? Was? Hat er überhaupt einen Mehrspieler-Modus? Ja. Ja, was? Wieso ist denn da hinten jetzt 40 offen? Wieso ist denn jetzt die Wand 40 offen? Na, war doch nichts. Und was? Oh man, wieso? Kommt. Die Träger, ne? Kommt der Laser her. Weiß nicht. Mercury hat einen. Und die ist oben. Und äh, Capgrin hat auch einen. Capgrin hat keinen mehr. Ne, der ist... Ich glaube, die Runde gewinnen wir noch. Links am Loch, 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 links. Okay, ja, 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 aber komm ich nicht weiter hin. Ich sag dir ja bloß, dass der links ist, da ist nämlich komplett offen, er kann da rein. Vergess das da oben, da kann er nur durchschießen. Links kann er reinkommen. Was? Nein, hört auf, man. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Schütz. Eigenartrufe eliminiert. Ach. Du hast denn da ein Loch gemacht, Mensch. Du hast dein Kackloch da hingemacht. Wobei es war ja gar nicht schlecht, bloß war nicht mittig genug. Das nächste Mal bitte besser machen, danke. Bist du mittig genug? Hm. Kannst du auch eh nur mal den da und da zu machen. Haben deine Streusprengsatzgranaten auch eine EMP-Ladung dabei? Warum nicht? Warum? Einfach zwitschern. Kann man die essen? Wir müssen deine Bombe auch. Oh, die Explosives. Da dickelt schon jemand rum, Kamera vor also. Aber. Vielleicht auch, vielleicht auch leckig. Hehehe. Oh, die andere ist oben. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe totalisiert. Na, Kessel haben sie. Kaschel. Jetzt freu dich doch. Oh, ich war schon nicht mehr da. Ja, du bist nicht mehr da. Ich doch. Einsatz in fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Was? Manta, Manta, IQ? Nee. Ist auch so ein Manta, Manta. Hahaha. Das sind nicht wieder mal Reaktionen. Oh, ho, 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 ho. Hm, das Fenster war hier. Das ist keiner. Pass auf, dass keiner rausrennt. Da ist nämlich noch jemand drin. Vorsicht, ich gucke aufs Treppenhaus. Gittlich. Da ist es. Es kommt jetzt zur Tür. Achtung. Nee, es kam durchs Fenster. Aha, Fenster jetzt. Mist. Immerhin legt der Entschärfer weit genug weg. Wobei, er sieht ihn auch. Mann, ich war ein Reifenstapel. Was? Reifenstapel. Ich war einer. Kamera vor dir am Mast. Am Mast. Kamera vor Kamera. Nee, Strommast rechts. Strommast vor dir. Da. Oh, was? Kommt der genau hin und raus. Ich glaube, das gewinnt der. Oh, das war hin. So gewinnt man das nicht. Jetzt kommt jemand auf der Treppe hinter dir raus und schmeißt C4. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Vorhin warst du ganz unten auf Hochhaus und jetzt ganz oben auf Kastenhaus. Kann man da hinten raus? Nein. Nein. Tja. 1,20 noch. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was zu tun ist. Du musst halt erstmal wieder irgendwie vom Dach runterkommen haben. Wenn das nicht stirbst du. Ja. Nein, genau. Ey, die haben es aber auch irgendwie drauf, genau in dem Moment rauszugehen. Aber das wäre was halt, wenn du dich anselbst. Na stimmt auch wieder. Oh Gott, da kommst du immerhin runter vom Dach. Vom Bach. Ach so. Ha, ich bin der Erster. Nein, so viele Robots. Miep, 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 miep. Masta, okay. Meme Masta. Ich will so ein Audi haben. Das ist ein Roboter von Audi hergestellt. Nee, das Auto von Audi hergestellt. Von Audi? Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Setze Mieter ein. Zeit für einen wirklichen Schutz. In diesem Bereich ist ein HVS aktiv. Halt, das ist auch hier. Guck, die Sperre angebracht vom Fenster weg. Könnte zeitlich eng werden. Ja. Hast du jetzt geschafft. Die große Tür ist ja schon offen. Ja, merk auch grad. Ah, die Luke ist offen. Ich hasse sowas. Mann. Abstand halten. Ich glaub, Treppenhaus, Tür ist offen. Treppenhaus, Tür. Ich lade nach. Ah, aus dem Keller kommen sie aus dem Keller. Nein. Ah. War das jetzt Ella oder was? Danke. Also, aus dem Keller kam was. Na, wie, wo, was? Boden auf. Neben der Luke. Nee, Deckel. Ja. Ah, Bug ist es. Hat mich. Bug kommt gleich in die Mine. Hoff ich. Was? Ach, da oben. Wo ist der? Shit. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Kamera ist kaputt. Kamera ist noch los. Was denn? Ich will... Mann, was ist denn das? Ja, ich war gar nicht so weit zu sehen, Mann. Ich hasse das. Wieso kann man nicht den Boden verstärken, ey? Ist doch scheiße. Hab ich mir auch schon gedacht, man beratet, der irgendwie Auslegware hat. Ein Kessel. Soll der jetzt... Stimmt, das wäre gar nicht mal so blöd. Suchen sie. Oh. Das waren einfach sehr unangenehme Gegner. Und ich frage mich wieder, warum? Wurde Bug nicht identifiziert. Selbst ich als Spieler bin klar erkannt, da, als er die Treppe hochgekommen ist. Aber das sind so Spielmechanismen. So nach ein paar... Nach einer gewissen Zeit wird das erst erkannt. Naja. War nicht ausschlaggebend für die Niederlage. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau tschüss. verpasst. Wenn schon Grünen 여기 hab ich esrau so dramatisch. Sprechen sich an. rough